Let's go! Wir sind beim dritten Paket quasi. Die letzten 20 Cases aus dem 60er Pack, den ich gekauft habe, weil ich dachte, das bringt mir mehr Glück. Wir gucken mal. Wir starten mit dem Purple Skin in Field. That's it. This is alright. Not gonna complain. Ich habe Kommentare gekriegt. Das ist so cringe, wenn du Englisch redest. Cringe ist übrigens auch Englisch. Tut mir leid. I'm sorry. Sack Nase. Okay. Ja, 20 Stück. Müssen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen. Mit dem Knife. Oder ob es absolut keinen Unterschied gemacht hat und ich somit nichts geprooft habe, weil das absolut sinnlos ist. Mein Gedankengang in der Hinsicht. Oh. Damn. Die ist aber runtergerockt. Come on. Golden Symbol. Lass uns jetzt die Kiste fertig machen. Die Dreams and Nightmare Case vom Gaben für euch und mich. Wir haben nicht mal einen Redskin. Come on. Schlechteste Case, die es bisher jemals gegeben hat in meinen Openings. Also auf jeden Fall, was die Redskins angeht. There it is. Finally! Ey, die sieht clean aus. Ist sie dunkler dann? Sie ist tatsächlich noch Minimal Wear. Die sieht aber so clean aus. Vielleicht hier ein bisschen. Minimal Wear. Wir haben unseren ersten Redskin. Welche haben wir im Loadout? Lass mich mal... Ach, die. Ähm... Oh, wir haben sie schon in Minimal Wear. Ich will sie als... Gib sie mir einen Stat-Track, Minimal Wear. Dann geht's los. Aber hey, okay. Die MP ist tatsächlich da. Unser erstes Unboxing eines Redskins. Es hat wie viele Kisten gedauert? Könnt ihr mal sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, wo wir stehen. Aber es war auf jeden Fall längst überfällig. Und leider ist es nur die MP. Aber ganz ehrlich, die AK ist auch nur ein Apple und ein Eiwert. Also absolut gar nichts. Deswegen... Hier reden wir nicht von dem großen Value-Verlust. Es ist nur schade, dass sie nicht Stat-Track ist. Auch wenn es seltener als Knife ist. Aber dann hätte ich sie jedenfalls im Loadout. Oder wenn sie FN wäre. Also FN oder Stat-Track, MW, FN. Dann kommt die rein. Ja. Obwohl ich kein ZR-Spiel. Komm, wir haben jetzt unseren Redskin gezogen. Gib mir jetzt noch das Knife. Dann hatte ich recht mit den 60 Kisten auf einmal. Ja? Dann wird das jetzt immer so gemacht. Let's get ready to rumble. Okay. Aha. Ich erinnere mich, dass ich irgendwas gesagt habe, dass ich weg gucken will, wenn das Knife kommt, oder? Ich glaube, wir gucken weg. Oder habe ich gesagt, ich will hinstarren? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe gerade nämlich überlegt, was passiert wäre, wenn ich jetzt eine Gunbox hätte, weil ich habe die gerade auf dem Rücken gehabt und habe sie gedreht. Aber ich brauche die Maus ja eh nicht. Muss ja nur hingucken, oder nicht. In a field tested. Wir haben noch drei Kisten. Lasst gerne schon mal einen Like da, würde mich sehr freuen. Ansonsten Kanal gerne abonnieren. Ist for free. Könnt ihr jederzeit auch deabonnieren. So viele das machen. Deswegen ja. Tobt euch aus. Letzten zwei Cases. Unser erster Red Skin. Außer Dreams and Nightmare. Nice. Letzte Kiste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch unterhalten. Ein bisschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Weiterhin die Dreams and Nightmare. Viel Spatman.